Musik Ich bin die Lisa. Wir haben vor drei Jahren unseren Traum erfüllt mit Danwood Altbayern. Und ich bin die Katja und habe mit meiner Partnerin, wie gesagt schon vor drei Jahren, dieses Haus gebaut. Und alles lief reibungslos. Und wir sind beide wahnsinnig glücklich und zufrieden in unserem neuen Heim. Also wir wussten, dass wir ein Bungalow wollten. Wir wussten, es muss ebenerdig sein, altersgerecht, weil man wird älter. Und mit diesen Wünschen sind wir da hingegangen und da wurde man einfach klasse beraten. Also ich habe so eine Nervenkrankheit. Kann fast nicht mehr gehen, nur mit Rollator, weite Strecken mit Rollstuhl. Darum haben wir gesagt, wir müssen das Behindertengerecht bauen. Und das ist, wie gesagt, auch von Danwood Altbayern super umgesetzt worden. Ich habe gesagt, ich habe das und wir müssen schauen, dass das so einfach wie möglich für mich ist. Also mir war besonders wichtig, dass ich eine Rampe habe mit einem Geländer zum Festhalten. Ebenerdig alles, wir haben auch keinen Keller. Breitere Türen, dass die Dusche, dass ich mit dem Rollstuhl eine kann. Also wir haben schon definitiv zwei aus unserem Freundeskreis zu Danwood geschickt. Machen das auch immer wieder gern, weil wir wissen, dass sie sehr gut aufgehoben sind dort. Die sind definitiv auch begeistert von Danwood und froh, dass wir sie weiterempfohlen haben zu Danwood. Danwood ist nicht auf einmal plötzlich aus deinem Leben raus, sondern der Vertrieb ist auch indirekt weiterhin für dich da. Also wenn du Fragen hast oder wenn man Fragen hat, kann man auch jederzeit wieder zu diesem Vertrieb gehen und die helfen einem auch weiter. Selbst heute noch, nach drei Jahren, wenn ich da anrufe, die wissen meinen Namen. Und wenn ich eine Frage habe wegen irgendwas, die versuchen mir definitiv zu helfen.